Musik So, ja, für den Smoothie benötigen wir eine reife Banane, einen Apfel, dann habe ich hier eine gute Handvoll Rucola, den ich schon abgewaschen habe und ja, dann sind das so gefrorene Spinatwürfel. Da habe ich jetzt einen größeren mit so ein bisschen Kleingram noch, der da so in der Tüte rumflog und ein Glas Wasser, genau. Das Ganze können wir jetzt eigentlich schon in den Mixer geben, da das Grünzeug eigentlich immer das Erste ist, was in den Mixer kommt. Vor allem die nicht gefrorenen Blätter, denn die kann der Mixer meistens am wenigsten gut greifen. Deswegen kommen die als erstes rein. Von dem Wasser mache ich mal noch nicht alles rein. Der Apfel ist natürlich auch schon abgewaschen. Musik So, der Smoothie ist fertig. Mal schauen, wir uns mal die Konsistenz an. Die gefällt mir gut, das heißt, den letzten Schluck Wasser, den mache ich da jetzt nicht mit rein. Das hat gelangt. Und das Ganze fülle ich mir dann immer gerne in so ein Bläschen. Ich fülle mir den Strohhalm rein. Musik Und dann ist das jetzt mein Frühstück. Musik Und dann ist das jetzt mein Frühstück. 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 Und dann ist das mein Frühstück. Und dann ist das mein Frühstück. Und dann ist das mein Frühstück. Vielen Dank.